losung und lehrtext für montag der karwoche 29 märz 2021 beim propheten sakharia im letzten kapitel kapitel 14 vers 9 heißt es der herr wird könig sein über alle lande an jedem an jenem tag wird der herr der einzige sein und sein name der einzige es ist ein ausblick den sakharia hier tut in die zukunft in die noch ferne zukunft er redet von einer schlacht wo es noch einmal richtig zur sache geht wo selbst gott eben mit streitet das hat mich innerlich sehr irritiert und dann sagt er und alle die dann noch leben werden werden zur stadt jerusalem pilgern wo ein lebendiges wasser vom thron gottes hervorquillt und gott wird der einzige sein und sein name der einzige und es wird niemand mehr irgendwie einem falschen gott nachlaufen und sein leben verfehlen im buch der offenbarung auf der vorletzten seite unserer bibel im kapitel 22 vers 3 und 4 heißt es seine knechte werden ihm dienen und sein angesicht sehen und sein name wird an ihren stirnen sein und auch hier in der ausblick auf gottes neue welt wo es kein leid und keine tränen und keinen geschrei mehr gibt bis im kapitel 21 vorher heißt und dann eben hier es wird da auch keinen tempel mehr geben gott wird ihr tempel sein und eine sonne wird auch nicht geben sondern gott wird leuchten wie die sonne und es wird tag und nacht hell sein und nichts finsteres und nichts dunkles keine komischen machenschaften wird es da mehr geben und gott wird eben von angesicht zu angesicht gesehen werden das ist ja das worum einige propheten gebeten haben und wo wir auch immer wieder sagen es wäre doch gut mal ganz genau zu wissen was hat gott im sinn darf ich in sein gesicht schauen kann ich seine pläne anschauen was wird sein am ende darauf versuchen sacharia und johannes der schreiber der offenbarung eine antwort zu geben aus ihrer zeit was wird sein bei uns am ende wir bedenken in dieser woche die letzte lebenswoche jesu wo er eben eingezogen ist nach jerusalem und da am karfreitag zu tode gebracht wird also dieses leiden und sterben jesu und dann eben aber auch am ostermorgen die auferstehung was wird sein am ende was wird sein am ende der pandemie da träumen wir auch noch alle davon und wir wissen dass es auch dieses jahr noch nicht ganz geschafft sein wird und das ist sehr ernüchternd ich habe das jetzt heute in der zeitung gelesen wo der papst sagt letztes ostern wo er zum ersten mal also alleine mehr oder minder alleine gefeiert hat sagte letztes jahr waren wir erschrocken und heuer sind wir erschöpft von diesem ganzen jahr das auf unseren schultern liegt und in unseren knochen spürbar ist und trotzdem glauben heißt immer wieder neue hoffnung haben sich anstecken lassen von gottes liebe sich von seiner liebe positiv anstecken lassen und das dann auch weitergeben und auch so wie jesus eben der am ersten tag der woche dann in jerusalem in den tempel geht und die händler und geld wechsler und die 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 opfergaben verkaufen aus dem tempel wirft und somit eben das haus gottes versucht zu reinigen dass auch wir uns als haus und tempel gottes reinigen können und sozusagen frühjahrsputz in uns selber machen nicht nur um uns herum alles gute für diese woche adieu ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020